Jetzt haben wir hier ein paar Gemüse-Reste. Was mache ich damit am besten? Weil wir wollen sie ja nicht wegschmeißen. Zucchetti und Aubergine ins Töpperware und Kartoffeln am besten immer in Wasser einlegen. Und dann kannst du die Reste morgen für eine Suppe gebrauchen oder noch mal einen Gratter machen. Okay, warum hast du die Kartoffeln jetzt ins Wasser getunkt? Wenn du die Kartoffeln nicht ins Wasser legst, dann sind sie morgen braun. Sieht nicht mehr schön aus und zum Gebrauchen in weiß sicher viel hübscher. Bis zum nächsten Mal.